Alles ok? Ich kann nicht schlafen. Woran das so liegt? Du nervst, ich hab die ganze Nacht nicht geschlafen. Soll ich dir einen Tee kochen? Fick dich! Fick dich! Wie redest du mit mir? So wie unsere Ehe? Ich kann doch nichts dafür, dass du keinen Job hast. Nee, aber du könntest vielleicht... Oskar, ich will jetzt wirklich nicht mehr darüber reden. Ich hab ein wichtiges Meeting in der Handelskammer. Aha. Wieder mit diesem Krüger nehme ich an. Aber ich bin nicht wirklich in dich verliebt. Versteh ich nicht. Anfang hier alle Leute total eloquent und schnell. Und kam mir immer so vor, als wär ich so langsam einfach. Und das vermisse ich schon. Also manchmal so ein Heimatgefühl, was ich hier auch habe, aber anders. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal.